Sprungli TV, Bau und Tischtennis Herrn Bayern, die ja in der Halle der FH Dricher, die JK-Spielvereinigung, FH Dricher. Hier mit Heiko Müll, die Nummer 3 im Team, war schon mal Bayerischer Mannschaftsmeister, Schüler der Jugendzeit und Spiegelmeidermeister im TV-Algolf-Banienberg, Torst Duris. Der dürfte mittlerweile auch I-40 sein, spielt auch Tennis. Ja, ein interessantes Match, Heiko Müll sehr aufschnappstark, da muss man sehen, wie Torsten Rüst mit dem Service zurechtkommt. Aber der hat auch einiges gefühlt im Handgelenk. Heiko hat ja in seiner jüdigen Schulzeit eigentlich nur mit Schnitt gearbeitet. Er hat sich wenig bewegt, hat nicht dieses moderne, volle Angriffstil gemacht, sondern gewartet, bis der Gegner Fehler machte auf seine Schnibbeleien. Aber das geht natürlich in der Liga so nicht mehr, da muss man schon etwas mehr auspacken. Und das geht natürlich in der Liga so nicht mehr, da muss man schon etwas mehr auspacken. Und das geht natürlich in der Liga so nicht mehr, da muss man schon etwas mehr auspacken. Und das geht natürlich in der Liga so nicht mehr, da muss man schon etwas mehr auspacken. Die Liga so nicht mehr auspacken. Die Liga so nicht mehr auspacken. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.